Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Lab-Helme-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Lab-Helme-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Black Optimus SV. Dieser Klapphelm von Black ist nur eine der kostengünstigen Klappkopfbänder, die wir Ihnen in unserem großen Kontrast anbieten. Die Kopfbedeckung ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und Sie können bei den Abmissungen zwischen diesen Größen wählen, XS, S, M, L, XL und auch XXL. Die Außenschale des Klappschutzhelms besteht aus Polycarbonat. Die Form gewährleistet eine gute Einhaltung der Regeln der Aerodynamik während der Fahrt. Die Nackenpolsterung, ein verstellbares Schnellstartvisier, ein Kinnremmenverschlusssystem aus Metall sowie zahlreiche Luftkanäle sind die Merkmale des Black Optimus SV Fahrradhelms. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Estene Helmets, RT800. Der Klapphelm Estene Helmets stammt vom französischen Anbieter Estene. Der Stil des Motorradschutzhelms mit Klappmechanismus ist in acht Farben erhältlich. Sie können zwischen fünf Größen wählen, von XS bis XL. Der Schutzhelm ist ein modularer Klappschutzhelm, der seinen Vorgänger, den RT600, ersetzt. Laut Hersteller ist dieser Helm die hervorragende Mischung für die Stadt und auch für die Reise. Die Estene Helmets RT800 Klappkopfbedeckung ist eine mikromechanische Klammer am Kinnremmen. Der Lieferant verwendet Polycarbonat als äußeres Produkt zur Herstellung des Schutzhelms. Auf Platz 3 haben wir die Black Optimus SV. Mit dem Black Optimus SV Klappkopfband bringt der Hersteller Black die modernste Kopfbedeckung der Black-Reihe auf den Markt. Black kombiniert die Vorteile des typischen Schutzhelms der Optimus Kollektion mit anderen Eigenschaften. Das Ergebnis, ein Klappschutzhelm mit verschiedenen Vorteilen, der auch als Vollvisierschutzhelm eingesetzt werden kann. Der Fahrradschutzhelm Black Optimus SV Tour Max Vision ist mit einer innenliegenden Sonnenblende ausgestattet, die bei Bedarf einfach hochgeklappt werden kann. Das Visier ist bin Lock vorbereitet. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Motorhelmets, Symbol eingetragener Marken, F19. Dieser Klappschutzhelm stammt vom Hersteller Motorhelmets und ist ein Integralschutzhelm, dessen Kinn hochklappbar ist. Mit dem Click and Secure Schnellverschlussbolzen lässt sich der Kinnverschluss öffnen und auch beim Anziehen von Motorradbekleidung leicht schließen. Bei den Kopfbandabmissungen können Sie zwischen XS, S, M, L sowie XL wählen. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Farbe in jeder Abmissung ohne weiteres verfügbar ist. Sorgen bereitet das Gewicht des Klapphelms, der mit 1550 Gramm zu den einsatzfähigen Motorradschutzhelmen gehört. Ein Vorteil, den diese Klappkopfbedeckung bietet, ist das Easybree-System. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Klapphelm Integralhelm. Der Klappschutzhelm Relox Helmets ist ein hochwertiger Schutzschutzhelm, der die Sicherheitsanforderungen der AJR 22.05 erfüllt. Diese Kopfbedeckung bietet Ihnen den Vorteil, dass sie wie eine Vollgesichtskopfbedeckung mit nach unten geklapptem Kinnbereich funktioniert. Bei hochgeklapptem Kinnbereich können Sie die ausklappbare Sonnenblende zum Schutz vor Sonneneinstrahlung nutzen, während die Kinnposition frei wehbar bleibt. Mit diesem Klapphelm von Relox Helme brauchen Sie keine Kompromisse einzugehen, Sie haben einen risikofreien Motorradhelm. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergesst.